Aber das ist sehr schön auch so für uns. Ich krieg langsamen Bauch, ich rauch immer mehr und ich bin den ganzen Tag am Handy. Ich hab mehr als ich brauch, aber es gibt immer weniger her. Und die wenigsten Sachen, die ich anfange, beende ich. Und ich weiß, es ist wahrscheinlich eine Phase. Und ich komm da wieder raus. Und ich weiß, ich muss nur weg aus meiner Blase. Dann schaut die Welt gleich anders aus. Und es dauert schon so lang. Und es fühlt sich an, als wär's zu spät, dass ich neu anfange. Und sie sagt, es ist halt schon ein bisschen viel, wie oft's da schlecht geht. Und ich sag, dass ich das weiß. Und ich sag, dass ich verstehe, wenn jemand weg geht. Es ist halt der ärgste Teufelskreis. Und sie sagt, du hast doch eh urviele Freunde. Und die haben dich alle gern. Und ich soll nicht mehr über die guten Sachen freuen. Und es wird schon wieder mehr. Es ist so arg, wie schnell die Zeit vergeht. Und es dauert schon so lang. Und es dauert schon so lang. Und es ist, dass ich neu anfange. Es ist so arg, wie schnell die Zeit vergeht. Musik Vielen Dank.